so jetzt erstmal gönnen, habe eben trainiert, jetzt noch Schupfnudeln mit Ei drin essen, bisschen BBQ-Soße drüber und eine Scheibe Eiweißbrot mit Butter bzw. Rama drauf. So jetzt wird sich erstmal gegönnt, ich weiß es ist ein bisschen dezent dunkel geworden, sieht jetzt auf der Kamera auch irgendwie dunkel aus wie es ist, auf der Kamera sieht es irgendwie schwarz aus, obwohl es nur so ein richtig schön krasses braun ist. Ich habe es ein bisschen zu lange im Ofen gelassen, ich war am zocken, habe es einfach absolut vergessen, einfach absolutes Essen vergessen. Dazu noch hier so Tomaten-Paprika-Dip oder was das ist, keine Ahnung, noch eine schöne BBQ-Soße und natürlich den Cola-Mix zum trinken und ja, gleich weiter zocken. So, gerade ein Kochen fertig geworden, schöne Käsespezialen gemacht bzw. Knöpfel oder wie die Dinger heißen. Ja, da wird sich jetzt nachher erstmal eine Portion gegönnt. So, erstmal zweite Portion essen und dabei noch ein bisschen South Park schauen, dann gleich zur Arbeit. Jetzt erstmal noch hier so ein Croissant snacken und dann wahrscheinlich gleich spenden gehen. Ja, Leute, wir haben Donnerstag, erstmal was essen. Cola-Mix ist natürlich auch am Start, wie ihr es kennt und Familie geil. So, Freitag ist am Start, bald Wochenende, gerade fürs Wochenende bzw. für Samstag mal hier schicken Backkäse gekauft bzw. Mozzarella-Steaks. Das andere so fürs Wochenende, das meiste für Samstag und das Dorf ist Frühstück. So, jetzt erstmal frühstücken. So, was ich heute Morgen gegessen habe und kaufen war, habe ich ja schon gezeigt. Jetzt erstmal noch hier schön Käsespiteln snacken und dann nachher noch zur Arbeit. Gar kein Bock, aber egal, dann endlich Wochenende und dann wird sich so voll gefressen am Wochenende. Ihr habt es ja gesehen. So, jetzt erstmal gönnen. Portion Nummer 1, schön BBQ-Soße dabei. Läuft. So, wir haben Samstag, Freitagabend, war richtig nice. Allerdings ist ziemlich wenig geschlafen. Und ja, jetzt erstmal was snacken, schicken und Backkäse bzw. Mozzarella-Sticks. Brutal Bock drauf. So, Portion Nummer 1 ist am Start mit, äh, keine Ahnung, was das ist für eine Soße. Irgendwas mit Chili oder so, Sweet Chili oder so und Paprika-Tomaten-Dip. Und ja, Gönnung ist am Start. Den Rest von dem, was auf dem Blech war, gönne ich mir heute Abend, denke ich mal. Keine Ahnung, mal schauen. So, dann jetzt erstmal noch ein bisschen Süß-Kram gönnen. Und ja. So, Sonntagabend, noch ein bisschen Gönnung. Und ja. So, dann noch ein bisschen Gönnung. 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 So, dann noch ein bisschen Gönnung.